Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snapshot Review, heute zu 13w23a. Und ich hab gestern nicht mehr auf die Seite geschaut, weil ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet hab, dass ein neuer Snapshot rauskommt. Ähm, deswegen kommt jetzt einen Tag später das Review erst. Aber, gut, ist eh nicht so viel dazugekommen. Ein paar Dinge kamen aber dazu. Zum Beispiel der eine Spread... Moment, Spread Players Command. Da kann man jetzt... Hier steht's nochmal. Man gibt eine X-Koordinate, eine Z-Koordinate und dann eine Distanz, wo es zufällig einem in dem Umkreis, wo man dahin teleportiert wird. Und hier Minimal, Maximal und ob Teams respektiert werden sollen und dann welcher Player. Da kann man zum Beispiel in Common Plugin dann AddAll machen. Also da kann man dann zum Beispiel zufällig irgendwo die Spiele hin platzieren und irgendein PvP-Spiel wieder machen. Also ohne Bucket Plugins zum Beispiel. Ähm, was kam noch dazu? Genau, eine neue Game Rule. Game Rule. Da, wo haben sie? Hier. Natural Regeneration. True. Jetzt geh ich mal extra in den Game Mode 1. Äh, 0. Wie ihr wisst, wenn man eine volle Leiste hatte vom Essen, dann hat sich die Herzenleiste wieder regeneriert. Mit dieser Game Rule ist es nicht mehr möglich. Da regeneriert sich gar nichts mehr. Also da wird das Spiel um einige schwieriger. Ich glaub, die Idee kommt aus diesem Mindcrack von Sethbling, glaub ich. Komm. Hä? Achso, ich hab True eingestellt. Ja. Ich muss Fails einstellen. Also jetzt hat man nochmal die alte Version gesehen. Ohne die Rule. Zack. Und jetzt dürfte sich eigentlich nichts mehr regenerieren. Was noch dazu gekommen ist beim Heilen. Im normalen Modus, also wenn es True ist und es sich wieder aufheilt. Das Essen geht weg, sobald man sich voll heilt. Also davor war es ja so, man hat nichts an Essen verloren, wenn man sich voll geheilt hat. Nur wenn man hier so sprintet. Und jetzt verliert man es halt auch, wenn sich der Spieler wieder voll heilen tut. Also, ja. Macht es uns einiges schwieriger, jetzt Survival Games zu spielen, merke ich. Was wurde noch gemacht? Achso, genau. Unsere Tränke. Unsere Tränke hier. Die wurden ein bisschen verschlechtert, würde ich mal sagen. Zum Beispiel heilt der Wurftrank. Oder nicht der Wurftrank, die Heiltränke heilen nicht mehr so viel wie vorher. Ähm. Die Geschwindigkeiten und so, die wurden im Allgemeinen irgendwie runtergeschraubt. Und, äh, die Goldäpfel craftet man nicht mehr mit den Nuggets, mit den Goldnuggets, sondern jetzt mit diesen acht Barren außenrum. Mit den Goldbaren. Ähm. Habe ich irgendwas sonst noch vergessen? Ich glaube nicht. Oder ich bin mir nicht sicher. Wenn ja noch ein paar Bugfixes und ein paar kleine Änderungen, die arbeiten ja immer noch an diesem neuen Texture-Pack-System. Oder was das sein soll. Naja. Man sieht sich nächste Woche wieder beim nächsten Snapshot oder bei einem meiner anderen Videos. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.